Prinz Williams und Herzogin Cates Sohn Prinz George darf seine Eltern immer öfter bei öffentlichen Terminen begleiten. Jetzt war er sogar mit ihnen beim Wimbledon-Finale in London. Bei für England ungewöhnlich hohen Temperaturen von 28 Grad musste sich der kleine George in einem blauen Anzug samt Krawatte präsentieren. Das ist allerdings nicht unbedingt eine royale Etikette, sondern der Dresscode des Wimbledon-Turniers selbst. Um Platz in der royalen Box zu nehmen, gilt laut Website des Turniers die Kleiderordnung, elegante Kleidung, Anzug, Sakko und Krawatte und so weiter. Dem kleinen Prinzen schien es auch ganz schön warm geworden zu sein, des Öfteren wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Auch Mama Kate musste gucken, ob George nicht doch zu warm geworden war. Da war die Devise, bei den Temperaturen fleißig Wasser trinken.